Senta Berger ist eine österreichisch-deutsche Schauspielerin, Filmproduzentin und ehemalige Schlager- und Chansonsängerin. Ihre internationale Filmkarriere begann in Österreich und führte sie in den 1960er Jahren über Deutschland nach Hollywood. Seitdem war sie in zahlreichen europäischen Kinofilmen, am Theater und seit den 1980er Jahren vermehrt in Hauptrollen deutscher Fernsehserien und Filme zu sehen. Leben, Herkunft und erste Jahre Senta Berger wuchs in Lines, einem Teil des 13. Wiener Bezirks, auf! Ihr Vater Josef Berger war Musiker, Komponist und Dirigent. Ihre Mutter war die Lehrerin Therese Berger, geborene Jani. Mit ihrem Vater trat sie bereits im Alter von vier Jahren auf. Der Vater begleitete dabei die singende Tochter am Klavier. Mit fünf Jahren erhielt sie Unterricht für Ballett und Ausdrucksdanz bei Rosalia Kladeck an der Akademie für darstellende Kunst in Wien. Nach ihrer Kinderzeit in einer Substandardwohnung in der Lainser Straße konnte sie 1955 mit ihren Eltern in eine Gemeindebauwohnung der nahen Siedlung Lockerwiese übersiedeln. Mit 14 Jahren wandte sich Berger der Schauspielerei zu und nahm privaten Unterricht. Zwei Jahre später verließ sie das in ihrem Wohnbezirk gelegene Gymnasium Wenzgasse ohne Abschluss. Nach einem Vorsprechen begann sie mit 16 Jahren ein Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar als bislang jüngste Studentin in der Geschichte der Einrichtung. Nach kurzer Zeit wurde Berger jedoch wieder exmatrikuliert, da sie ohne Erlaubnis ein Rollenangebot angenommen hatte. Schauspielkarriere Ihr Filmdebüt gab Berger 1950 in einer kleinen Rolle in der Erich-Kästner-Verfilmung Das doppelte Lottchen. 1957 wurde sie von dem Regisseur Willi Forst für die Filmkomödie Die unentschuldigte Stunde engagiert, wo sie eine Gymnasialschülerin spielte. Sie bewarb sich als 16-Jährige für das Max-Reinhardt-Seminar und wurde angenommen. Zu ihrem Jahrgang gehörten U. A., Marisa Mell, Elisabeth Ort, Heidelinde Weiß und Erika Pluha. Sie musste die Schule verlassen, nachdem sie in dem Film The Journey mit Juhlbrünner eine Rolle angenommen hatte, ohne den Direktor um Erlaubnis zu fragen. 1958 wurde Berger jüngstes Mitglied am Wiener Theater in der Josefstadt. Der Regisseur Bernhard Wicki und Produzent Arthur Brauner wollten mit Berger arbeiten. Brauner produzierte den Film Der brave Soldat Schweig mit ihr und Heinz Rühmann. Es gelang Brauner, Berger für mehrere Filme zu verpflichten. 1962 übersiedelte sie nach Hollywood und drehte mit Charlton Heston, Frank Sinatra, Dean Martin, Richard Harris, George Hamilton, Kirk Douglas und John Wayne. 1969 kehrte sie nach Europa zurück und war in den 1970er Jahren vor allem in italienischen Produktionen unterschiedlicher Genres zu sehen. 1967 war Berger an der Seite von Alain Delon in dem deutsch-italienisch-französischen Thriller mit teuflischen Grüßen als Filmehefrau Christiane zu sehen. 1968 spielte sie in dem dreiteiligen Kriminalfilm Barbeck von Herbert Reinecker, in dem sie das von Peter Thomas komponierte Lied Vergiss mich, wenn du kannst sang. 1970 stand sie erstmals in dem von ihrer Firma produzierten und unter der Regie ihres Mannes Michael Verhöfen gedrehten Film Der Graben oder Wer im Glashaus liebt vor der Kamera. Weitere, auch international erfolgreiche Filme ihrer Produktionsfirma waren U. A. Die Weiße Rose, das schreckliche Mädchen und Mutters Courage nach dem gleichnamigen Theaterstück von George Tabori. Zudem baute Berger ihre europäische Karriere in Frankreich und Italien auf. Zwischen 1974 und 1982 war sie die Buhlschaft im Jedermann bei den Salzburger Festspielen an der Seite von Kurt Jürgens und Maximilian Schell und damit die bis heute am längsten in dieser Rolle zu sehende Darstellerin. Sie spielte am Wiener Burgtheater in Rudolf Nöltes Inszenierung Tartüff mit Klaus-Maria Brandauer, am Thalia-Theater in Hamburg und am Schiller-Theater in Berlin. 1985-86 gelang ihr das Fernsehkommeback vor dem deutschsprachigen Publikum in der Fernsehserie K.I.R. Royale an der Seite von Franz Xaver Krötz, Dieter Hildebrandt und Billy Zöckler. Danach folgten weitere Serien wie Die schnelle Gerdi und Lilli Lottofee, beide unter der Regie ihres Mannes. Frank Bayer besetzte sie 1992 in dem zweiteiligen Fernsehe-Drama Sie und der für die Hauptrolle der betrogenen Psychologin Charlotte, an der Seite von Reimer Johannes Bauer. Zur Jahrtausendwende stand sie für die österreichische Fernsehproduktion Probieren Sie's mit einem Jüngeren unter der Regie von Michael Kreisel vor der Kamera. Von 2002 bis 2019 spielte sie Dr. Eva-Maria Prohacek, eine Polizeirätin in der ZDF-Krimireihe unter Verdacht, für deren erste Folge verdecktes Spiel sie 2003 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Sie war 2003 Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie und von 2003 bis 2010 an der Seite von Günther Rohrbach die erste Präsidentin der Deutschen Filmakademie. Nach ihrem 70. Geburtstag zeigte das erste im Juli 2011 ein 45-minütiges Porträt im Rahmen der Reihe Deutschland – Deine Künstler. Berger betätigt sich neben den Arbeiten auf der Bühne und vor der Kamera auch als Synchronsprecherin, u.a. lie sie 2002 für den französischen Film Acht Frauen Katharine de Neuf ihre Stimme. Karriere als Sängerin Senta Berger war zwischenzeitlich als Schlagersängerin tätig. Sie nahm zwei Singles für den deutschen Markt auf, die 1966 relativ kurz hintereinander erschienen. Mit Für Romantik Keine Zeit gab sie ihr Debüt als Schlagersängerin. Single Girl war ihre zweite Schallplatte. Dabei handelt es sich um die deutsche Version des gleichnamigen Songs von Sandy Posey, der sich in England kurzfristig platzieren konnte. Das Album Wir werden sehen, konnte sich 1989 auf Platz 49 der deutschen Albumcharts platzieren. Daneben trat Berger auch als Chansongsängerin und bei Leseabenden auf. Soziales und politisches Engagement 1971 beteiligte sich Berger an der von Alice Schwarzer initiierten Medienaktion, Wir haben abgetrieben. Sie war eine der auf einer Titelseite der illustrierten Stern abgebildeten Frauen. 2009 erklärte sie sich bereit, als Botschafterin sowohl für die Tierschutzorganisation Pro Wildlife für den Schutz von Menschenaffen als auch für die José Carreras Leukämie-Stiftung tätig zu werden. Berger, die sich bereits 1972 im Wahlkampf für Willy Brandt eingesetzt hatte, wurde von der SPD als Delegierte für die deutsche Bundespräsidentenwahl 2012 nominiert. Sie engagiert sich seit vielen Jahren aktiv im Kampf gegen Blutkrebs für die DKMS. Im Rahmen der DKMS Live trat sie 2010 als Sprecherin bei den DKMS Live Ladies Lunch auf. Sonstiges mehrmals berichtete Senter Berger von sexuellen Übergriffen, die sie in ihrer Schauspielkarriere erfahren habe. So habe O. W. Fischer versucht, sie zu vergewaltigen, in einem Hotel im Rahmen der Dreharbeiten zu dem gemeinsamen Film Es muss nicht immer Kaviar sein, jenem Film von 1961 mit dem Berger endgültig zum Staraufstieg. Auch gegen Charlton Heston und Richard Wiedmark erhob Berger Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs. Mit Kussversuchen habe Kirk Douglas sie zudem sexuell belästigt. Im Jahr 2013 wurde von der österreichischen Post eine Sonderbriefmarke der Reihe »Österreicher in Hollywood«, gestaltet von Adolf Thuma, aufgelegt. Privates 1963 lernte Senter Berger den damaligen Medizinstudenten und späteren Filmregisseur Michael Verhöfen kennen, den Sohn des Schauspielers und Regisseurs Paul Verhöfen. Am 26. September 1966 heirateten Berger und Verhöfen in München, nachdem sie im Jahr zuvor zusammen die Senterna-Filmproduktion gegründet hatten. Der bürgerliche Familienname von Senter Berger ist seither Verhöfen. Dieser Ehe entstammen zwei Söhne, die ebenfalls Filmschaffende sind, Simon und Luca. Sie wohnt seit vielen Jahren im Grünwalder Ortsteil Geiselgersteig südlich von München, seit einiger Zeit auch in Berlin. Auszeichnungen 1968, Bambi 1969, Bravo Otto in Bronze 1983, Filmband in Silber für die Weiße Rose im Namen ihrer Filmgesellschaft Senterna 1987, Deutscher Darstellerpreis für ihre Rolle in K.I.R. Royale 1990, Bambi, Sonderbambi Unknockebel Stars 1996, Goldener Gong 1998, Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst i. Klasse 1998, Karl-Valentin-Orden 1998, Goldene Romy als beliebteste Schauspielerin 1999, Bambi in der Kategorie Fernsehen National für den ARD Vierteiler Liebe und andere Katastrophen 1999, Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 2000, Waldemar von Knöingen-Preis der Georg-von-Wolmer-Akademie 2002, Bayerischer Verdienstorden 2003, Deutscher Hörbuchpreis 2003, Medaille München leuchtet 2005, Hessischer Fernsehpreis als Ensemble-Mitglied des Filmes Die Konferenz 2005, Goldene Ochse, Ehrenpreis des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern an die Senterna-Filmproduktion Senter Bergers und Michael Verhövens 2006, Billy Wilder Award 2007, Platin Romy für das Lebenswerk 2009, Sonderpreis des Deutschen Fernsehkrimi-Preises für ihre Hauptrolle in der WDR-Produktion Schlaflos 2009, Herbert Strathepreis der Filmstiftung NRW und des Kinoverbandes HDF Kino 2009, Deutscher Fernsehpreis als beste Schauspielerin für ihre Hauptrolle in Schlaflos 2009, Sonderpreis beim Fernsehfilmfestival Baden-Baden für herausragende darstellerische Leistung in Frau Böhm sagt Nein 2010, Goldene Kamera in der Kategorie Beste deutsche Schauspielerin in Frau Böhm sagt Nein und Schlaflos 2010, Adolf Grimme-Preis für ihre Darstellung in Frau Böhm sagt Nein 2010, Bayerischer Fernsehpreis als beste Schauspielerin in der Kategorie Fernsehfilm für ihre Rolle in dem Film Frau Böhm sagt Nein 2011, Großer Diagonale Schauspielpreis für das Lebenswerk 2011, Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin 2011, Hans-Abbich-Preis für besondere Verdienste im Bereich Fernsehfilm 2011, Kultureller Ehrenpreis der Landeshauptstadt München 2012, Berliner Bär 2013, Darstellerpreis des Günther Rohrbach-Filmpreises für ihre Rolle in Operation Zucker 2014, Deutscher Schauspielerpreis für das Lebenswerk 2014, Medaille für besondere Verdienste um Bayern in einem vereinten Europa 2016, Bayerischer Fernsehpreis, Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten 2017, Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste 2017, Deutscher Fernsehpreis, Ehrenpreis der Stifter 2017, Jupiter, Ehren-Jupiter fürs Lebenswerk 2017, Grimme-Preis, Ehrenpreis des Deutschen Volkshochschulverbandes für ihr Lebenswerk 2018, Sky of Fame 2020, Toleranzpreis der Evangelischen Akademie Tuzing, als Charakterdarstellerin für ihr Lebenswerk als glaubwürdige Persönlichkeit im Film wie in der Wirklichkeit, 2021, Friedenspreis des Deutschen Films, Die Brücke als Ehrenpreis 2021, Cinemarit Award 2021, Deutscher Filmpreis, Ehrenpreis 2021, Untertitelung des ZDF, 2020